und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen für uns gepflegten klemmbar steinbaus und zwar heute zu einem video was nicht über ein set an und für sich geht ob wieder im hintergrund den aufbau des luban evitation m38 b0667 d set das ist ein rettungshelikopter aus 129 teilen das set muss ich sagen hat mir nicht wirklich gefallen deshalb mache ich auch kein video darüber es war nicht unbedingt schlecht es war aber auch nicht unbedingt gut es war einfach so langweilig dass ich gedacht habe das ist nicht ein einzelnes video wert und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal als hintergrund für dieses statement genommen was heißt statement ich will es euch einfach erklären weil ihr gefragt habt was ist denn nun mit dem video gewesen ich habe ja gesagt ich wollte da dieses video über die tierbabys hochladen das sind tierbabys aus diamondblocks so ein paar kleine sets jeweils so 200 teile ungefähr ein kleines hundebaby gehabt dann gibt es da noch einen siberian husky also quasi das große public set über 2000 teile was ich hier schon mal gezeigt hatte in klein gebaut und so weiter und das sind halt verschiedene tiere und tierbabys das wollte ich hier hochladen es wurde die ganze zeit als 18 plus eingestuft es wurde dann auch teilweise wieder gelöscht bzw einfach gar nicht freigegeben obwohl weder musik war die gema beinhaltet obwohl keine schlechten wurde gefallen sind und es wie gesagt um tierbabys geht und hier gehen videos über waffen hoch über panzer aus klembaustein natürlich beides und so ein video wird dann geblockt ich konnte es nicht hochladen ich habe es oft genug probiert ich habe auch keinen kontakt zu einem youtube mitarbeiter in irgendeiner art und weise dafür bin ich einfach viel zu klein und konnte es im endeffekt nicht hochladen dementsprechend kam deshalb damals dieses komische schwarze video ich kann jetzt auch nicht mehr dazu sagen unbedingt außer dass das ich kann mich nicht ändern ich kann das urvideo nicht hochladen ich weiß nicht warum ich krieg keine ordentliche begründung es sind dann immer solche sachen wie das verstößt gegen das 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 und da ist dann was weiß ich sexuelle belästigung und hassrede dabei obwohl du über nichts böses redest sondern über tierbabys okay ich sag da wie süßen hund ist ich sag nichts mehr dazu das war wie gesagt sehr kurz es war jetzt nichts weltbewegendes ich wollte euch aber die info geben weil er da öfters mal gefragt hat und das thema lassen wir jetzt hinter uns und ich würde sagen ab samstag geht es einfach wieder mit ganz normalen ordentlichen videos weiter und dann können wir uns solche komischen themen hier sparen ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag habt eine schöne woche haut rein euer valleybrick